Als ob der mich immer instant tötet! Also kommt zur nächsten Part von Ori and the Blind Force. Und ich muss mehr speichern. Ich muss einfach an speichern denken. Und was war das noch? Ich weiß nicht, was es uns bringt. Und jetzt habe ich schon wieder keine Energie, Mann! Okay. Herzlich willkommen zum nächsten Part von Ori and the Blind Force. Ähm. Wenn ihr meine Stimme nicht hören wollt, dann stellt sie doch stärker auf 0. Und? Ich glaube, das war kein Game Sound, aber egal. Besser als mich zu hören. Also. Also. Ja. Also. Jetzt muss ich wieder an diesen Scheiß voll Viechern vorbei. Scheiß. Scheiß. Viecher. Regen auf. Ich setz dahinter jetzt gleich sofort den Scheiß. Check mal, Alter. Man kennt halt auch den Unterschied zwischen diesen Scheiß Kugeln nicht und zwischen den Viechern. Der ist halt das kleine. Okay. Okay. Soll ich jetzt wirklich erwarten, dass ich es so die ganze Zeit mache? Ich meine, es hält ja auch nicht auf, Mann. Ich meine, es hält ja auch nicht auf, Mann. Das ist ja eine Spinne. Ich habe es gar nicht gesehen. Okay. Wir haben Fähigkeiten. Das heißt. Was ist das nochmal? Das Erstellen an der Seenverbindung stellt eine. Ne. 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 Da muss es so sein, wenn es jetzt nicht so ist, dann weiß ich ja nicht. Genau. Und jetzt sollte ich hier landen können. Mit etwas Glück. Scheiß Leben, Alter. Okay. Noch eins. Und meine Frage ist auch, habe ich das jetzt eingesammelt oder ist das nicht mehr eingesammelt? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt eingesammelt habe oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energieansammlung nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen kannst und dein Spiel verändern kannst. Okay. Deshalb bin ich ziemlich nötig. Ich weiß es nicht. Und Leute. Ich muss ehrlich sein. Ich weiß es nicht. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben erst 8% vom Spiel. Wir wissen aber am Anfang. Und wir haben noch viele Attacken zu lernen. Ich weiß es nicht. Hört euch. Ich weiß es nicht. Und. Oh, da kann ich wieder hochgehen. Ich bin mir so sicher. Was das da hinten? Ganz sicher nicht eingesammelt. Weil ich habe meine zweite Energieding auch nicht. Das heißt es ist da hinten, wo der auch nicht eingesammelt ist. Das heißt ich komme da überhaupt noch hin. Ich komme da gar nicht mehr hin. Alter. Ich komme da gar nicht mehr hin. Was soll ich jetzt machen? Ich komme da nicht mehr hin. Alter. Dein Ernst. Ach egal. Scheiße. Komm. Scheiße. Ich bin einfach weg. Wie ich mir das. Habe ich schon gelesen. Lass mich hier hoch. Lass mich da rüber. Speichern. Und weiter. Ich glaube wenn ich einmal im Wasser bin, bin ich tot. Wenn ich mich recht erinnere. Oder fast. Und dann sind diese verkackten Spinnen auch noch hier. Die komplett. Was ist jetzt. Ich werde also noch. Ich werde hier noch so auslassen in diesem Spiel. Okay. Was ist da oben oben im Easter Island. Da ist gar nichts. Da kann ich noch spielen. Das geht nicht. Okay. 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 Das ist halt einfach hartnäckig. Wenn es heute so war. Da komme ich neben dem ganz hoch. Oder. Das würde ich aber trotzdem. das bringt nichts als ob dieser scheiß das eine kleine ding hat mich jetzt noch erwischt als ob man muss doch erwischt werden wie soll man das sonst machen geh doch hoch du vollidiot ich muss jetzt nicht extra ja 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 Das war mein Handy, super, gell? Jetzt gehe ich aber weiter, komm Scheide. Ich darf schon wieder noch einlegen, ich verstehe es nicht. So, dann lass ich mich jetzt mal gucken, wie ich es am besten mache. Okay, so, so, danke. Ich darf bei jedem nützlichen Momenten, jetzt einfach, wenn du das so willst. Immer wenn es geht, wenn es jetzt geht. Und da ist wieder so ein Karten-Schein. Wie soll ich da oben nehmen? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Okay. Da ist noch so viel offen, ich komme hier überall nicht. Hier ist doch so ein Ding, da muss ich doch auf die andere, Alter. Wieso, wofür ist das? Ich weiß schon, dass es da ist, aber irgendwie bringt mir diese kleine Ecke. Hä? Ich meine, wenn ich jetzt hier... Hä? Ich verstehe es nicht. Ach komm. Ich weiß ja, da komme ich auch nicht hin, ich weiß, dass es da ist. Irgendwie... Als ob dieses Scheiß Ding nicht so und so weit weg jetzt fast getroffen wäre. Okay, jetzt, jetzt so weit sie getroffen wäre. Ich glaube nicht. Ich habe am liebsten nur eine Seelenverbindung davor erzeugen. Aber das geht irgendwie nicht. Ich habe nochmal Energie dafür. Was ist denn das für Scheiß? Ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Post ist. So ein kleines Arschloch meine ich natürlich. Was? Ich muss kurz eine Katze setzen, weil die ganze Zeit mal den Scheiß Finger einschläft. Keine Ahnung, wieso es ist. Bis gleich. Wegen was setze ich Katze? Ich kann nicht mal Katze setzen, na sonst. doch doch bis gleich jetzt kann also vor mir einer ist gespawnt man denkt da liegt so richtig viel und man kriegt jetzt voll viel aber das stimmt aber man kriegt einfach richtig wenig da ist noch eine scheiß instabile brücke mann ich weiß sowieso nicht wo ich jetzt lang muss das wird in der richtige als ob dieses arschloch mich angreift als ob er nicht steht als ob ich den jetzt mich ja Hahaha! Das wird noch so schlimm, bis letztendlich. Als A-Bit-Sterbauer. Was ist denn los? Sagt mich, dass das Ding jetzt nur mich... ...instellung. Oder ich es einfach nicht töten kann und einfach mal vorbei muss. Und das hier trotzdem nicht kaputt machen kann. Der tötet mich aber instant. Ich tötete... Ich wusste... Ich habe jetzt so viel übersprungen. Wann geht es hier überhaupt weiter? Ich muss hier hin schon, glaube ich. Irgendwie sind hier noch andere Wege. Hallo! Als ob der mich immer instant tötet! Wetten, ich bin hier in einer... ...Gegend, wo ich eigentlich noch gar nicht hin sollte. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ou, fick dich verpissen! Scheiße! Wann dann... ...an der springt mal... ...das ist vollidiotreichal. Oh... Was? Ein Liebenshelfer, mir das mal mit der Idee ist. Wenn es mir nur was bringen würde, dann würde ich trotzdem einfach in der Sterben. Nee! Fick dich doch! Als ob ich fahre ganz kurz weg! Fick dich doch! Nein! Quassido! Es plant mich schon. wines modernes. Da unten ist wieder so'n scheiß Viech, wo mich gleich angreift. Ich muss jetzt so vorsichtig sein, Mann. Da kann ich doch gar nicht glauben, was bringt mir so'n scheiß. Das heißt, da bringt's mir nichts hinzugehen. Das wissen wir ja jetzt eigentlich auch. Das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.